so und Zuckerrohrfarm wollte ich jetzt machen ich wollte aber erstmal auf die Stein Upgrades gehen ich habe 16 Upgrades ich bin aber wirklich noch am überlegen wie ich das mache ich werde auf Stein bleiben weil das ist für Zuckerrohr reicht das aus ich habe jetzt 3 Stacks Eisen verbraucht und über einen Stack die ja nur für die Kartoffelfarm na gut okay okay ein paar Dears sind halt in die Baumfarme reingegangen aber ich überleg mir gerade ernsthaft wie ich das mache hier muss nämlich noch 2 Dears Upgrades müssen hier noch rein damit die letzten vier Felder auch genutzt werden ich mach das hier schon mal ne äh ja mach das so zack dann wäre es ein Feld unter dem wie mach ich das äh erklär mir das mal mit dem äh mit dem mit dem mit dem komischen äh da jetzt Kartoffeln werden da jetzt für Kartoffeln verbrannt dann hat er keine Kohle drinnen doch der hat 5 Kohle drinnen aber irgendwann bei der Kohle sind ja diese 20 Kartoffeln ne ja das sind die die äh angepflanzt werden achso achso das was ähm unten Kohle oben ist das was angepflanzt wird das Werkzeug ist neben der Kohle daneben kommen die Upgrades rein und in dem 3x3 Feld dort sammelt sich dann alles was er abgeerntet hat und wenn der keine Kohle mehr drinnen hat dann setzt der dort Kartoffeln rein das ist ein bisschen merkwürdig halt äh ok na ne dann ist ja alles ok ne ne der verbrennt schon keine Kartoffeln also da müssen wir halt nur aufpassen hm also warte mal 1 2 hm ja gut 2 höchstwahrscheinlich nur brauche ich ich brauche noch ein bisschen was hier einfach mal keine Mobs mehr spawnen bei uns ja wegen der Magnum Dingster aber hier ist es dunkel hier müssten eigentlich welches spawnen ne das ist ja irgendwie 64x64 Chunks oder so ey da brauchen wir uns sogar keine Mobfarm anlegen da müssen wir die Magnum Torches vorher wieder abbauen ja jo darauf warte ich eigentlich gerade nur noch aber das werden wir dann nächste Woche machen ja mit der Mobfarm weil da würde ich mich auch gar nicht mehr mit auseinandersetzen weil ich habe zwar schon mal mit dem Mod Progressive Automatic gearbeitet aber noch nie so intensiv wie in Galactic Science hier so hier geht das doch oder? das hier so ne ja ne warte mal das ist das das ist nicht das all das ist ah scheiße ach du machst das du machst das schon ich mach das schon ich mach das hm ja warte oh Gott das mitten in der Aufnahme 1Eig ist ein Schwein jibbi das wussten wir alle nein naja wenn man von den Aussagen von einigen geht dann wäre ich ein liebes nettes braves Kerlchen wow jeder hat seine Schattenseiten auch ein Ike ich nicht dann bist du kein Mensch bin ich ja nicht alles klar ich bin froh oh Leute das hat genau 9 Steinen durchgebrannt fürs letzte Upgrade jetzt brauche ich noch einen gebrannten Stein da haben wir noch 61 und ich brauche Holz ja gut wenn du dich darum kümmerst dann das ich brauche Öfen machst du das so dann 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 mach ich dann dann ja es kann passieren dass ich mehrere Pläne für den Zuckerrohr setzen muss das geht dann aber auf die Kohle weil sonst müsste ich jedes zweite Feld bei den Plänen mit Wasser machen damit der Zuckerrohr setzt das sieht aber scheiße aus ich bin grad echt am überlegen hm das einzige was wir automatisieren müssen ist eigentlich halt hier Zuckerrohr oder den Wett ähm ähm hier den ersten Wett da bei den zweiten kannst du theoretisch eigentlich gar nicht automatisieren weil das zu viel äh Materialien bei mir kostet ähm entweder wir machen eine Mobfarm mit äh mit äh genau jetzt habe ich es vergessen alles klar ja ist ja nicht nur noch ein jeder oder ne ich habe jetzt das Stein gedöhnt das Zuckerrohr braucht drei Platz das heißt äh scheiße ich weiß gar nicht wieder das mit dem Zuckerrohr verarbeitet also doch vorsichtig aber mal eins zwei runter gehen hab ich mich umsonst hier hoch gebaut läuft das kann man alles wieder schön durch sieben hier äh ja genau wieso lag hier hinten ne Transferpipe rum äh weil die jetzt wahrscheinlich weggesprungen ist von mir äh dann hau ich aufs Mal gar keinen Wunsch äh erst mal schnell provisorisch 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 dann kommt das Gedöns hier hin so es wird so richtig kagga aussehen äh äh so da Wasser rein da 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 äh 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 so äh so 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 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 ja ich hab mich full um ernst verbaut ich hab mich voll um ernst verbaut wenn ich auch nach der Sem jeżeli Symmi Trigier. So. So. So, jetzt muss ich noch mal hier unten ins Wasser. Ähm, da. 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 Da, obwohl. Machen wir es mal so. So, so, so. So und so. Ähm, bum 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 bum. Ich habe keine Stein. Läuft bei mir. So. So. Ich baue mir jetzt hier draußen ein Crafting Table. Das kotzt mich langsam an. So. 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 Ähm, ich mache erstmal die Sticks rein. Die verbrennen ja auch. Das. Das. Und das. So. Ein Upgrade. Hä? Oh. So. Ach du Scheiße. Wie viel Upgrades ich hier verbrauche. da. löst. Äh, das dort hin. Das. Ähm. Hä? Doch. Ne. Bin ich jetzt total bescheuert? Hä? So. Und. So. 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 Ähm. Jetzt da Erde hin. Da. Da und da und da Wasser rein. Genau. So. So. Ich glaube ich habe so langsam den Dreh hier raus. Das und das. Und das weg. Äh. Ne. Warte mal. Hä? Ne. Warte mal. Hä? Äh. Ne. Bin ich total behindert? Äh. Äh. Ohne Scheiße. Das ist nicht so einfach wie es aussieht. Ich mache jetzt erstmal nur in eine Wasserquelle hin. So. Und so. 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 Äh. Das und das weg. So. Äh. Alles voll Erde machen. Das erste Mal. Habe ich auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Und dann kann ich schon gleich eins nach drinnen bauen, so wie es sich gehört. Damit alles passt. So. 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 Das hier weg. So. Und das weg. So. Und so. Das muss dort hin. Wasser. So. Wasser. Dann. Steinhau. Brennmaterial. mal. Zuckerrohr. Und es ist verdammt nochmal nach. Deswegen arbeitet die Scheiße. Ernsthaft. Ach ne. Ich brauche die Upgrades. Ich brauche die Upgrades. Hhh. 1, 2, 3. 3. 4. Ähm. Dann. Das nächste werde ich hier. Dann einmal hier. Einmal hier. Und einmal da. Ich brauche noch mehr Upgrades. Das geht nicht anders. Alter. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Willst du gleich ein gesamtes Inventar? Äh. Was ist mit deinem Inventar? Mit Kohle? Ein gesamtes volleres Inventar mit Kohle? Willst du das haben? Ne. Brauche ich nicht unbedingt. Ich muss gerade hier selber erstmal gucken. Äh. Stein Upgrades. Wieso kann man die Kacke nicht zurück craften? Sieben. Und sechs natürlich. Wird hier alles durchgebrannt? Ne. Okay. Ähm. Jetzt kann ich aber die Kartoffelfarm erstmal komplett machen, denn ich habe wieder ein paar Dias gehabt. So. Die letzten zwei. Äh. Vier Felder sind jetzt auch bestimmt. Habt ihr noch Queenstone? Ne. Scheiße. Ne. 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 Ich bin unten von den ausgegangen. Also. Ähm. Ne. Hier ist noch Keys. Ne. 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 Und Cleanstone selber haben wir auch keins mehr. Gerade jetzt wenn man die Cassie braucht, ist die nie da. Hier ist auch kein Cleanstone mehr, die Kiste ist komplett leer. Ich muss halt ernsthaft warten bis alles durchgebrannt ist. Ich glaube das reicht sogar schon was ich hier habe. Wir machen mal nur 8 Upgrades. Mal gucken, vielleicht reicht das schon. Und der realisiert, dass das Zuckerrohr ist und der braucht nicht so viel. Das war praktisch. Rein damit? Ne. Hat nichts gebracht. Der geht bloß bis dahin. Da muss ich die anderen 8 doch noch machen. Oder 7. Aber das werde ich dann in der nächsten Folge rausfinden. Das hier ist komplett durch. So. Das, das, das da rein. Das und das. Ja. Ja gut, dann mache ich dann in der nächsten Folge weiter. Das. 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 Bis zum nächsten Mal.